Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier ist euer TümlerTV. Wir zocken halt mal nicht Minecraft, sondern ETS2, also Eurotruck Simulator 2. Und ja, lasst ein Like da, wenn euch das Spiel gefällt. Also mir gefällt das, geht sehr gut. So, wir wollen jetzt mal einen Auftrag machen. Zwei wollen wir hier mal eine lange Strecke machen von Nürnberg-Belag. Mannheim. Wollen wir das annehmen oder... Oder vorher hier mal kurz. Externe Aufträge, warum mal gut. Und wir nehmen den längsten Weg, den ich noch nie so richtig gefahren bin. Wir nehmen mal hier Brüssel. Bis nach Brüssel. Ich war in Brüssel noch nie. Das ist eine sehr gute Idee. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt. Ob wir das mal öfter aufnehmen sollen. So. Ich war hier gerade meinen schicken Mercedes-LKW. Ich hab schon einen Aufnahmenversuch gemacht, aber wollte mir gerade nichts. Weil meine Aufnahmen dann ein bisschen gewährleistet. Seitdem habe ich zu Hause langsames Internet. Deswegen mal so viele Homeoffice machen wir hier im Ort. Ich weiß es nicht. Äh, ich... So. Kann ich nicht richtig reinfahren hier. So, mach mal so. So. Dann drücken wir mal auf. T. Das Spiel spielt auch Jonah. Und jetzt auch endlich mal Johantham. Äh, die dritte. Das ist so fast so dritt. So, ich kann auch gut fahren. Ich hab auch ein Tempo-Markt. Ich hab den Notada. Oh Gott, ich bin über dem Bürgersteig gefahren. Toll. So. Oh, da, da. Ah, ich bin... So. Kommt doch nicht. Genau, doch. Ach, ja, Leute, Leute, Leute. Ab. Das ist ein Getraber. Der Bremser ist hier. Ich bin dann ab. Hab mir jetzt auch so'n Taro gekauft. Der liegt da unten, aber ich hab leider kein Kabel, um das anzufließen. Hab nur nen Stecker bis jetzt. Tango. Oh Gott. Kann mir keiner sagen, wenn grün ist. Dann schreibt das mal unten in die Kommentare. So, ich hab jetzt mal Tempo-Markt angemacht. Jetzt tue ich mal auf 60, kam ein Hammer an. Ich mach grad gar nichts. Der gibt's jetzt für mich aber für alleine... Für mich? Alleine Gas. Das kann man hier erkennen. Ich stell jetzt mal Tempo-Markt aus. An. So, Retarda ist an und Bremsen noch. Das ist so cool. Ich kann nicht öfter geboren. Wir fahren jetzt von Nürnberg nach Brüssel. Diesen weiten Weg. Ich mach mal fahren. Bis da auch hinten hin. Hier ist Brüssel. Fahr ich über Lüttlich, Lüttlich und hier noch Pollen. Frankfurt. Das einzig, wo man unbedingt muss, ist Tank. So, ich mach mal Tempo-Markt an. Mach mal auf. Ich drück jetzt mal auf C. 80 km. Weil wir wollen halt mal ein bisschen. Wir wollen ja halt mal fortbringlich fahren. Hier unten auf dem Navi steht ja 80 km. Keine Zufall wie hier. Schaden oder 5%. Keine Kurz-Nachricht. Ich hab mir jetzt mal die Zeit genommen. Um die Folge aufzunehmen. Es wird auch bald eine Room-Tour geben. Das seht ihr auf meinem Tümmler-Vlog-Kanal. Sehen wir jetzt schon 5 Minuten hoch. Ich werde auf jeden Fall dieses Video immer schneiden. Ich schneide immer. Auf jeden Fall jetzt so viele Cuts mache ich nicht. Aber schon ein paar. 70 steht da. Müssen hier runter. Das erkennt man hier an dem Navi. Oh Gott. Ich bin über links hier gefahren. Wenn jetzt ein Auto da gewesen wäre, hätte ich schon einen Unfall gebaut. Versuch halt mal keinen Unfall zu bauen. Sondern es geht um 22.875 Euro. Ich hab 146.257 Euro. Das ist aber kein echtes Geld. Nur weil da ein Euro-Zeichen ist. So, jetzt gehen wir mal auf 50 kmh. Das Spiel finde ich so cool. Moin Polizei! Alter, wie geil ist das? Ich bewege. Ich hab mir jetzt auch hier, weil wenn ich auf N drücke, das ist die Nummer-Loop. Oh Gott, ich hab da mal nichts. Das Coole daran ist, ich geb jetzt endlich mal ein Update. Ich kann jetzt auch mal die Fenster untermann. Das mach ich mal mit SZ. Ihr könnt es belegen, wie ihr wollt. Ich mach's mit SZ. Für die Fahrerseite. So, und danach mit der Komma-Taste hier mach ich das zu. Ich geh jetzt aber auf Post 1. Einflieg mach ich das hoch. Post 1 runter. Einflieg hoch. Und sehr schicker Raupenbagger. Ich war jetzt schon grad über 80. Oh mein Gott, das ist ein Metall. Ja, da konnten sie das. Wenn man den unten drückt. Ich stell ihn mal komplett runter, dann ist die Geschwindigkeit auf jeden Fall. Geht auch der Zempomat aus. 80 km hab ich was anstellen. Wir wollen ja auch gesund ankommen. Und wir wollen auch gesund wieder nach Hause kommen. Das kennt ihr doch nicht. Hier ist meine nächste Pause. Ich hab' mir kommen zu uns nach Hause. Bitte, 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 bitte. Du, gerade gar nichts. Ich kann jetzt auch klatschen. Das war die meine Verkehrsregeln. Das macht doch mehr Spaß. Ich hab' mir auch mal vor, einen Autoführerschein zu machen. Und dann will ich mich auch an die Verkehrsregeln halten. So. Ich kann hier eher, kann ich sehen, wie viel Tank ich verbrauche. Ich mach' mal was so. 8, 7, 6. Ich muss das alles sagen. Ich seit 20 Jahrenaines sagen. school-ya truth- Whenever yuan zu 1. Verdum und mit ustedes. Bis zum Ende der Jennyisaat nach Hause. Es sind jetzt nicht zu sein. Bis zum Ende des Küheifers. Bis zum Ende des Küheifers wird snip. Säehen und bereistt. Bis zum Ende des Küheifers. Was ausprobiert mich überousseetcir所. Bis zum Ende des Küheifers. Bis dann wieder lasers+. Bis zum Ende des Küheifers. 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 Bis zum Ende des 끄 Zap. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.